Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Infovideo. Ich möchte euch einmal über die Betrugsversuche der Trading-Seiten aufklären. Es rufen immer mehr angebliche Trading-Firmen an, die an euer Geld wollen. Meistens soll man hier auf deren Webseite 250 Euro einzahlen. Das kann aber auch ab und zu variieren. Das Problem mit dem Ganzen ist, dass seriöse Firmen durch die betrügerischen Maschen natürlich stark geschädigt werden. Allerdings auch das Vertrauen der potenziellen Kunden. Grundsätzlich ist es erstmal so, dass Trading hoch spekulativ ist und man so oder so, egal ob es seriös oder unseriös ist, sein Geld verlieren kann. Auch was Kryptowährung angeht, ist das Ganze nicht anders. Hier werden die Betrüger immer mehr und rufen immer mehr potenzielle Opfer an. Die Masche ist dabei allerdings sehr auffällig. Man ruft euch an, um das Handelskonto mit meistens 250 Euro zu aktivieren. Grundsätzlich ist es erstmal so, dass die Aktivierung des Kontos nicht mit Geld erledigt ist. Egal, ob ihr einzahlt oder nicht. Allein nach der Anmeldung ist das Konto ja bereits aktiv. Bei den Anrufen der Trading-Abzocker gibt es verschiedene Methoden. Die einen rufen euch an und ihr habt euch tatsächlich selbst auf dieser Seite registriert. Die anderen rufen euch an und ihr wurdet einfach registriert mit den Daten, die ihr irgendwann mal bei irgendeiner Gewinnspiel-Webseite angegeben habt. Behauptet wird allerdings meistens, dass ihr euch selbst registriert habt. Und dann gibt es noch die, die euch einfach irgendeinen tollen Roboter vorstellen wollen und euch horrende Gewinnversprechungen machen und ihr sollt dann dort selbst die Anmeldung vornehmen. Manchmal verlangt die Gegenseite dann von euch, ein Programm wie Anydesk oder TeamViewer zu installieren. Das sind Programme, wo die Gegenseite dann auf euren Desktop schauen kann, um euch dann bei der Registrierung zuzusehen. Manchmal ist es auch so, dass die Gegenseite dann eure Maus übernimmt und die Anmeldung dann für euch aus der Ferne auf eurem PC vornimmt. Hier sollten sofort alle Alarmglocken bei euch läuten. Zum einen besteht die Gefahr, dass die Gegenseite an sensible Daten von euch gelangt. Zum anderen hat die Gegenseite hier auch die Möglichkeit, weitere Software auf euren PC zu installieren. Außerdem ist es hier so, dass wenn ihr eure Daten dann eingebt oder eingeben lasst, können die Betrüger sicherstellen, dass ihr sie nicht veralbert und dass die Anmeldung über eure IP, also von zu Hause stattfindet, sodass ihr dann kaum noch eine Möglichkeit habt, dagegen auch vorzugehen. Installiert also bitte auf keinen Fall irgendein Programm, wenn ihr dazu aufgefordert werdet und gebt auf keinen Fall eure TeamViewer oder AnyDesk-ID an jemanden am Telefon weiter, den ihr nicht kennt und auch nicht vertraut. Der Betrug ist hier ganz einfach zu erkennen. Wenn ihr euch auf einer seriösen Plattform angemeldet habt, werdet ihr gar nicht erst angerufen. Die Abzockerseiten möchten hier einfach nur mit Nachdruck noch mehr Menschen dazu bringen, ihr Geld einzuzahlen, wenn ihr das nicht ohnehin schon von allein auf der Webseite gemacht habt. Legt also am besten einfach auf, wenn euch solche Firmen anrufen. Oder wenn man sich das zutraut, haltet sie noch ein bisschen hin und verplempert deren Zeit, sodass sie so lange keine anderen Menschen weiter betrügen können. Aber lasst sie auf keinen Fall auf euren PC und geht nicht auf die Links, die man euch per E-Mail schickt. Wenn man nun erstmal eine Weile mit denen am Telefon ist, wird meistens in einem zweiten Telefonat oder nachdem ihr eine Einzahlung getätigt habt, die Identität von euch geprüft. Das ist der nächste Beweis dafür, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen vor sich geht. Wenn ihr erst euer Geld eingezahlt habt und möchtet es wiederhaben, sei mal dahingestellt, ob ihr das Geld wiederbekommt, müsst ihr euch nun für eine angebliche Auszahlung legitimieren. Das bedeutet, ihr müsst eure echte Person nachweisen, also dass ihr ihr seid. Dazu benötigt man den Personalausweis und bei den unseriösen Seiten beginnt nun die Gefahr, dass nun auch noch eure Identität geklaut wird und euer Name für weiteren Unfug im Internet benutzt wird. Die unseriösen Seiten möchten in den meisten Fällen, dass ihr eine Kopie von eurem Personalausweis per E-Mail zusendet. Vorder- und Rückseite und dazu noch eine Rechnung aus eurem Haushalt mit eurem Namen drauf aus den letzten drei Monaten. Mit diesen Daten können sich dann Betrüger überall in eurem Namen anmelden. Daher sollte man so etwas auf keinen Fall per E-Mail an jemanden versenden. Seriöse Firmen arbeiten mit Postident oder anderen Apps, wo man am anderen Ende einen Mitarbeiter sitzen hat und ihr über diese App einen Videocall startet. Dort zeigt man dann seinen Personalausweis in die Kamera und haltet diesen auch vor euer Gesicht. Der Mitarbeiter am anderen Ende überprüft dann so, ob ihr die Person seid, die auf dem Personalausweis auch abgebildet ist. Manchmal gibt es auch noch die Möglichkeit, seine Dokumente auf der Webseite direkt hochzuladen. Aber auch hier muss man etwas aufpassen und sich sicher sein, dass man dieser Firma auch Vertrauen schenken kann. Denn niemand weiß, ob die Daten, die er dort angebt und hochladet, auch wirklich sicher verschlüsselt und geschützt vor Dritten auf den Servern lagern. Zum Postident-Verfahren gibt es von der Deutschen Post auch noch die Alternative, dass man sich vom Postboden bestätigen lassen kann, dass man die Person ist, die eben auch auf dem Personalausweis abgebildet ist. Ansonsten gibt es natürlich auch noch die Methode, dass man direkt eine deutsche Postfiliale besucht und dort eben die Identität bestätigt. Das sind alles Methoden, wo man seinen Ausweis nicht kopiert und auch nicht aus der Hand und außer Reichweite geben muss. Achtet ansonsten auch in jedem Fall darauf, wie die Webseite aufgebaut ist. Findet man Kontaktdaten zu der Firma? Gibt es ein Impressum? Ist die Trading-Firma irgendwo registriert bzw. reguliert? In Deutschland zum Beispiel bei der BaFin? Ist die Domain dieser Webseite auch vernünftig registriert? Und vor allem wie lange? Gerade am Telefon hört man oft, dass die Firmen schon Jahre alt sind. Und wenn man die Domain unter der denik.de überprüft, gibt es diese gerade erst mal ein paar Monate. Bei den Betrüger-Webseiten findet ihr all diese Hinweise nicht oder nur sehr unvollständig. Worauf man immer schließen kann, dass es sich um eine unseriöse Seite handelt. Im Übrigen, wenn ihr von einem unseriösen Callcenter angerufen werdet, kann man das in der Regel extrem leicht herausfinden, indem ihr die Rufnummer, die euch gerade angerufen hat, zurückruft. Allerdings achtet hier unbedingt darauf, dass ihr hier nicht ins Ausland telefoniert. Das kann weitere Kosten auf eurer Telefonrechnung verursachen. Jeder, der etwas zu verbergen hat, wird euch nicht mit seiner echten Nummer anrufen, sondern mit einer meist ausgedachten Rufnummer, die bei einem Rückruf nicht erreichbar ist oder ihr irgendwo anders als bei der Firma, die euch angerufen hat, landet. Oft bekommt man hier von den Betrügern die Ausrede, dass man nicht erreichbar ist, aus dem Grund, dass man für die Kunden erreichbar bleiben muss und eine andere Abteilung dafür zuständig ist. Das kann schon sein. Allerdings ist es technisch viel einfacher, die Rufnummer intern so umzuschalten, dass man im Kundenservice landet, als dass man die Rufnummer verfälscht. Das Verfälschen der Rufnummer ist im Leben nicht so einfach wie das Umleiten der Anrufe und sagt auf jeden Fall aus, dass die Firma etwas zu verbergen hat. Hier ein kleines Beispiel. Wenn man von der Deutschen Telekom einen Anruf erhalten hat, bekommt man zum Beispiel auch nie den Mitarbeiter oder die Abteilung direkt ans Telefon, von der man angerufen wurde, sofern man dort zurückrufen möchte. Das hängt dann tatsächlich damit zusammen, dass die Mitarbeiter einfach alle bereits beschäftigt sind und sich teilweise auch auf ein Telefonat vorbereiten müssen. Wurdet ihr also von denen angerufen und ruft sie zurück, landet man dann immer im Kundencenter. Und hier kann euch dann normalerweise auch ein Mitarbeiter bestätigen, dass jemand angerufen hat und vor allem auch, wer etwas von euch wollte. Worauf man auch achten sollte, wenn ihr angerufen werdet, läuft zum Beispiel Musik im Hintergrund oder wird im Hintergrund gejubelt und applaudiert. Dann wird es sich in keinem Fall um ein seriöses Unternehmen handeln. Des Weiteren fällt bei fast jedem Telefonat auf, dass euch eindeutig Mitarbeiter anrufen, die nicht in Deutschland leben und einen starken Akzent aus dem Ausland haben. Jedoch vorstellig mit einem absolut deutschen Namen werden. Ich denke nicht, dass ein Bürger türkischer oder arabischer Herkunft Max Müller oder Barbara Schmidt heißt. Schützt euch und eure Familie vor solchen Betrügern, indem ihr über so etwas aufklärt. Ich kann es nur immer wieder betonen, redet mit euren Eltern und euren Großeltern über die verschiedenen Abzorgversuche und Methoden. In vielen Fällen könnt ihr noch vor dem Betrugsversuch dafür sorgen, dass es gar nicht erst zu einem Betrug kommt. Wenn das Geschäft nicht lukrativ wäre, dann würde es nicht täglich tausende solcher Anrufe in Deutschland geben. Die Masse macht's. Und irgendwann haben die immer jemanden an der Leitung, der das glaubt und sich beeinflussen lässt. Ich nehme hier einfach mal meine Oma als Beispiel. Sie ist allein und freut sich immer, wenn sie jemand anruft oder besucht. Sie quaselt einem gleich das Ohr ab, sobald man sie eben besucht oder einfach mal anruft. Das ist doch auch ganz klar. Niemand ist gern allein. Und gerade solche Menschen sind besonders gefährdet und lassen dann durch den richtigen Betrüger sich so bequatschen, dass sie dort auch ihr Geld einzahlen. Mit zunehmendem Alter wird man auch leider wieder etwas unvorsichtiger. Das soll nicht bedeuten, dass alle ab 60 oder 70 blöd im Kopf sind, aber es gibt viele Fälle, wo gerade ältere Menschen ihr komplettes Geld verloren haben und diese waren zuvor Beamte oder Studierte. Es kann sehr viele Gründe dafür geben, wieso man einmal unvorsichtig wurde. Umso mehr wir mit unseren Mitmenschen darüber reden, das Ganze aufklären, umso weniger stehen die Chancen, dass die Menschen in unserem Umfeld eben auch betrogen werden. Sollte es auf jeden Fall bei jemandem aus eurer Familie überhand nehmen mit den Anrufen, ratet den Leuten aus eurer Familie dazu, ihre Telefonnummer zu wechseln. Das kostet nicht viel und geht ganz einfach mit einem Anruf bei dem Telefonanbieter. Ich hoffe, euch hat das kleine Infovideo von mir gefallen. Schreibt mir doch gerne einmal in die Kommentare, was ihr so denkt und über was wir noch so alles reden könnten. Lasst auch gern einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat und abonniert meinen Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpassen wollt. Vielen Dank für euer Interesse und wir hören uns im nächsten Video. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!